Die Kinder der Mauken haben noch nie einen Schwimmlehrer gesehen. Sie waren noch nie in einer Schwimmschule. Sie kennen keine Schwimmflügel oder andere Auftriebshilfen. Sie waren in keinem Babyschwimmkurs, wurden als Babys nicht untergetaucht und mussten keine Übungen machen, um schwimmen zu lernen. Ihre Eltern haben ihnen keine Tipps gegeben, um besser zu werden. Ihre Fähigkeiten im Wasser wurden nie gefeiert oder geprüft. Was ist das Geheimnis eines Volkes, das wie kaum ein anderes so sehr mit dem Wasser verbunden ist? Untertitelung des ZDF für funk, 2017